Die Sammlung ist komplett. Ich habe alle vier Assassinen zusammen und wie ich den Eversor-Assassin bemalt habe, wer eigentlich der beste Assassin ist und was es sonst noch so über die Assassinen zu wissen gibt, das erfahrt ihr in diesem Video. Das Officio Assassinorum ist eine geheime Unterorganisation des Imperium und dafür verantwortlich, Gegner des Imperiums aus dem Weg zu räumen. Die Organisation ist in Tempel unterteilt und die vier bekanntesten sind folgende. Windikär oder Windikare, ich weiß es nicht ganz genau, da werden Scharfschützen ausgebildet. Kallidus, dort werden Verwandlungskünstler und Infiltratoren ausgebildet. Kolexus, die sind vor allen Dingen auf die Bekämpfung von Psyonikern spezialisiert. Und zu guter Letzt der Tempel Eversor, der besonders gewalttätige und aggressive Attentäter ausbildet, um die dann unter Drogeneinfluss maximalen Schaden anrichten zu lassen. Und ich wollte beim Bemalen auch ein maximales Ergebnis erzielen, allerdings mit minimalem Einsatz, beziehungsweise so viel Einsatz, dass es am Ende gut aussieht, aber trotzdem auch irgendwie schnell geht. Los ging es wie immer mit einer schwarzen Grundierung und einem weißen Highlight von oben. Und weil der Assassine besonders viel Schwarz in seiner Kleidung hat, habe ich hier auf die Mischung zurückgegriffen, die ich schon in anderen Videos benutzt habe. Die stammt nicht von mir, sondern vom YouTuber Eons of Battle, der das für seine Black Templar benutzt. Und seitdem benutze ich das eigentlich auch immer, wenn es um schwarze Rüstung geht. Man benutzt hier Black Templar, Leviathan Blue und Medium Contrast. Und das Ganze ist im Verhältnis 4-2-2. Also vier Tropfen Black Templar, zwei Tropfen Medium, zwei Tropfen Leviathan Blue. Für die Waffen habe ich mich dann für ein Corn Rat entschieden. Man könnte auch jedes andere etwas dunklere Rot nehmen. Aber ich finde, gerade wenn es etwas dunkler werden soll, sind diese dunkleren Töne wie das Corn Rat immer ein bisschen für mich persönlich schicker als ein Mephiston Red oder ein helleres Rot, weil das am Ende irgendwie stimmiger aussieht. Für den Schädel habe ich dann Warm Grey von AK genommen und bin dann im Anschluss mit Scalton Horde auch eine Cornflussfarbe drübergegangen, um dann wieder mit einem Warm Grey ein bisschen zu highlighten und dann am Ende richtig zu highlighten mit so einem Weiß zumindest partiell. Für alle grünen Stellen habe ich dann die Fluofarbe von Balejo genommen, in dem Fall das Grün. Allerdings, bevor ich das auftrage, weiße ich die Stellen einmal richtig, damit das Grün richtig ballert. Das Grün ist aber sehr dünn, deswegen muss man hier und da manchmal auch nochmal drüber gehen. Aber gerade weil es so dünn ist, hat man halt auch die Möglichkeit, einen Schein zu erzeugen ohne Gefahr zu laufen, dass es direkt irgendwie zu dick drauf geht. Für das Metallteil habe ich dann Black Metal von Scale 75 genommen, bin dann da im Anschluss mit einer Rost-Effektfarbe drübergegangen, um dann nochmal mit einem Orange überall stark verdünnt drüber zu gehen, damit dieser Rost-Effekt richtig rauskommt. Und dann bin ich am Ende nochmal mit dem Black Metal rübergegangen, damit das Metall nochmal wieder da ein bisschen rauskommt, beziehungsweise es nicht einfach nur orange und braun aussieht. Und zum Schluss habe ich noch ein bisschen Strukturpaste drübergebracht und habe dann mit Pigment gearbeitet. Und hier habe ich es gehalten, wie Ruben von Pain2Man sieht, zumindest habe ich es von ihm. Ich habe so viel draufgeklatscht, dass es sich ein bisschen unanständig angefühlt hat. Und ich habe zum ersten Mal so einen Pigmentfixierer benutzt und muss sagen, er hat es den Effekt wieder komplett geschluckt, also musste ich im Nachgang dann nochmal mit ordentlich Pigmenten von PKPo drübergehen. Das hat dann auch gut funktioniert und am Ende hatte ich dann auch wirklich diesen trockenen Look, den ich unbedingt haben wollte. Und dann war der letzte Assassine auch fertig. Stellt sich natürlich jetzt die Frage, welcher ist denn jetzt der Beste? Und rein optisch muss ich sagen, ich finde das sehr schwer zu beurteilen, weil sie sehen alle ziemlich gut aus. Ich finde die Posen sehr dynamisch, was man nicht immer so gewohnt ist. Und von daher würde ich sagen, wenn ich mich entscheiden müsste, wäre es wahrscheinlich die Kallidus, weil ich die mit ihrem Runterspringen ein bisschen cooler finde als alle anderen. Außerdem habe ich, glaube ich, schon zu oft die Situation gehabt, dass die Kallidus das Quendlein an der Waage war in sehr, sehr knappen Spielen. Von daher wahrscheinlich da ja auch so ein bisschen die Sympathie. Spielerisch sieht das da eigentlich auch ganz ähnlich aus. Der Windikare Windikare ist für das, was er tut, einfach viel zu teuer. 150 Punkte sind zu viel. Ähnlich sieht es dann auch mit dem Prolexus aus, dieses 3-Inch-Reinschocken. Das ist cool, dass es dann eventuell noch zu einem Battleshock kommt und dann ist die eine gebattleschockt. Auch cool, dass er ganz gut ist gegen Psyker. Auch cool irgendwie, aber dann doch zu situativ, als ich sagen würde. Ja, lohnt sich auf jeden Fall mitzunehmen. Platz 2 gebe ich trotzdem an den Eversor, weil der situativ richtig krass sein kann. Und der bringt auch einiges mit. Der hat einen 9-Inch-Scout-Move, hat eine 9-Inch-Bewegung von Haus aus. Dann bist du auf 18, kann dann einmal im Spiel sagen, ich habe jetzt nochmal 6-Inch-Mehr-Movement. Dann ist man auf 24 und kann dann noch Advanzen und Chargen. Das ist wirklich, wirklich krass. Und dann haut er halt auch mit 9 Attacken zu. Sustained-Hits 3, da geht was. Aber da kann auch schnell gar nichts mehr gehen, wenn der halt in irgendwelche Flamer rennt oder wenn der Gegner einfach zustellt. Und da passiert ja auch ganz schnell nichts. Und 120 Punkte einfach wegzuwerfen, ist dann irgendwie doch ein bisschen schade. Der cleart ohne Probleme mal kurz ein Objective oder so weiter von irgendwelchen 5-Infiltrationen oder sonst was. Aber man muss sich überlegen, ob man da Bock drauf hat. Für meine Begriffe ist der ein bisschen unstet. Anders sieht es da bei der Cardidus aus. Die macht einfach ihre Punkte, kann hoch, kann runter gehen. Scored Secondaries, kann Secondaries denyen, kann Primaries denyen. Ist ganz okay im Nahkampf. Das ist schon ein cooles Modell. Und für die Punkte kriegt man wirklich einiges. Von daher Platz 1 geht aus meiner Sicht an die Cardidus. Wer ist euer Lieblings-Assassine? Was denkt ihr? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und wenn ihr bis jetzt geschafft habt, dann lasst mir doch ein Like und ein Abo da, sofern ihr es noch nicht gemacht habt. Das unterstützt mich ungemein. Und in diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao.